So, da bin ich wieder. Gleich vorab sage ich ja gerade nachgesehen, was ein Intelligenzbonus von 20 plus bringt. Das bedeutet, dass wir auf alle Fertigkeiten plus 10% bekommen, was, wenn ich es richtig verstanden habe, durchaus nützlich sein könnte für uns. Denn wir müssen ja noch, also da fallen ja auch solche Fertigkeiten drunter, wie reparieren zum Beispiel, fallen einschärfen, aber auch, wo ist denn dann Sprengstoff oder solche Dinge? Schätze ich mal. Oder Rezepte, vielleicht ist auch das damit gemeint. Ungewiss, auf jeden Fall 10% plus alles, klingt nicht schlecht dafür, dass wir jetzt nur noch einen einzigen Punkt darauf brauchen. Warum nicht? Nächste Erfahrungsstufe 38.000 ist noch ein bisschen hin, glaube ich, ist okay. Gut, okay. Dann, äh, was wir machen? Plop. C, C, hallo, C, B, genau. Ähm, wir wollen zum Heimler Williamson's gehen und ihm sowohl den Schatz vom Stingy Pete geben, als auch, äh, irgend so, solche Silberschnallen des Leders wahrscheinlich längst verfallen. Wir erzählen ja besser nicht die Geschichte, wie es dazu kam. Hallo, äh, ihr dummen Wölfe. Also, dumm nicht, weil ich Wölfe nicht mag, sondern dumm, weil er mich angreift. Gut, weiter geht's. Ach, hier kann man wieder von irgendwelchen, äh, Wildkatzen angegriffen werden, nicht wahr? Warum greift mich Wölfe nur noch an? Das wäre ja gar nicht eine schlechte Idee gewesen für das Spiel, mal irgendwie reinzupatchen oder irgendwie, ähm, dass man... Oh, soll ich mal Kriege finden? Lustig. Ähm, dass man von sehr niedrig leveligen, 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 äh, kreaturischen Angriffen wird. Alter, wie viel Pfeil du raushauen musst, ist ja irre. Was ist das? Ein Rabe? Wird ein bisschen aus, oder? Also, weil er in den Büsch hockt und die ganzen Treiben beobachtet. Sag mal. Ja. Die Chancen dieser Kreaturen sind hoch, mich zu schlagen, die erreichen mich noch nicht mal. So, haben wir es jetzt? Ja, haben wir. Wunderbar. Ah, guck mal. Hühner. Neutral. Äh, bis zum Morgen schlafen. Erst mal ein bisschen rumgelungen, halt. Da kommt eine Gruppe von sechs Leuten an und eine Medi-Spinne. Und, äh, legen sie sich erst mal hin auf den Boden und pennen da eine Runde. Guten Tag. Erst mal speichern vielleicht. Äh, hallo Menschen-Dorfbewohner. Hast du irgendwas zu sagen? Oh, ich bin oft mal belastet. Ja, ist egal. Nein, er lauft so schnell weg. Warte mal, könntest du ganz kurz mal irgendwas davon nehmen, was ich habe? Ja, 400 Steine sind doch echt viel. Äh, äh. Warte mal. Meine Belastung. Ziemlich. Zweieinhalb Tausend. Ja, das ist schon wirklich viel. Was für mich das? 650 Steine. Ah, das... Weiß ich nicht, ob das loswerden will. Ja, doch, muss ich da mal kurz. So. Da mal kurz hier rein. Dann gebe ich mal kurz hier dem, dem Eubel. Halt das mal kurz. Und ich soll mir vielleicht noch was anziehen. So nackt riechleicht ein bisschen aufsehen. Aber ich kann zumindest gehen. Äh, hallo Mann, der die ganze Zeit von mir wegläuft. Sieh, es ist mir ein Vergnügen. Natürlich ist es dir ein Vergnügen. Ich bin ein toller Zwerg. Ein hübscher Zwerg. Äh. Ja. Ich kann klauen ein Gold, aber es lohnt nicht wirklich. Ist natürlich gut für das Karma. Ist hier jemand, der mit mir reden könnte? Ah, du vielleicht. Zumindest läufst du nicht weg. Ah ja. Hm, ja. Nötig war euer Name erfahren, Madame. Ich heiße Molly Williamson, Sire. Freut mich, Molly. Habt ihr wohl einen Moment Zeit? Sicher. Was wollt ihr wissen? Äh, was tut ihr hier draußen, Molly? Tja, Sire. Hier im Niemandsland lebt es sich recht billig. Wir essen, was wir aus dem Meer ziehen. Wir machen all unsere Kleider selbst. Und darüber hinaus brauchen wir nicht viel. Der Clan der Williamsons hatte nie besonders viel Geld. Äh, nicht nachdem wir, äh, nicht nachdem, was mit meinem Großvater Jonas Williamson passiert ist. Äh, passiert war. Jedenfalls. Genau deshalb bin ich eigentlich genau auch hier. Wovon redet ihr? Ich weiß, es hört sich merkwürdig an, aber du erzählst ihm die Geschichte. Da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt. Die Frau schüttelt den Kopf. Ich habe ja schon viele merkwürdige Geschichten gehört, aber eures Sire schlägt ihm fast den Boden aus. Zu glauben, dass der Geist von diesen Piraten wieder gut machen will, was er vor fast 200 Jahren angerichtet hat. Ja, die Geschichte ist schon ein bisschen schwer zu glauben. Also, ihr, äh, ihr habt mir den, äh, mit dem eigenen Schatz und die Schuelschnallen zurückgebracht. Ja, du gibst ihr die Sachen? Oder, äh, noch nicht, aber ich werde es bald holen. Ne, ehrlich gesagt, danke, ich werde euch töten, den Schatz für mich behalten. Nein, ich gebe mir das natürlich. Hier bitte. Naja, ich danke euch. Schätze, Stoingipiet ist doch kein so übler Kerl. Lebt wohl, Sire. Dann werde ich mich jetzt entfernen. Wunderbar, haben wir das erfüllt. Wicht. Gebt meine Rüstung zurück. Gebt meine Rüstung zurück. Vielen Dank. Wir können es weitermachen. Ja, schön, dass ich euch, äh, helfen konnte. Das eine Gold lässt natürlich, äh, in eurer wunderbaren Schublade. Ich weiß, ihr habt nicht viel Geld. Jetzt habt ihr schon viel Geld, weil der reicher ist, wahrscheinlich. Ähm, und, ja, speichere kurz ab. Und begebe mich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, wie ist das? Genau, weil ein böses Schwert noch zerstört. Wunderbar. Speichern. Und mal rausfinden, wo das sein soll. Hat uns ja auch irgendwie, äh, aufgezeichnet. Elfen, verbotene Ruinen, Wuriden, da waren wir schon. Haben wir auch schon gemacht. Stoingipiets Schatz, Stoingipiets Bucht. Äh, Hardins Pass, Stillwater. Radclan, steigen wir jetzt die Feuergruben. Meint er die Feuergruben? Wahrscheinlich nicht. Absturzstelle, Nebelberghütte von Simon Tralala. Roseboro, bla bla bla. Darnholm, Wolfshöhle, Blackroot. Schilderspitze, Galadon. Ach, Galadon, ja, das waren wir schon. Falte Kathedrale, Quintara, Falconpine, Tseng Ang. Ach du Scheiße, das ist ja... Okay, Entschuldigung. Ich meine, ach du Heiliger, äh, Klabautermann. Wir müssen kurz mal dahin. Und, äh, es tut mir leid, wenn wir schon Arcanum sind. Muss ich kurz die beiden Rüstungen verkaufen. Und die große Rüstung, die Sock dabei hat, werde ich kurz mal ablegen, weil die ist wahrscheinlich ganz schön schwer. Und, äh, das müssen wir auf jeden Fall tun, bevor wir nach, äh, nach Tathos drüber segeln, weil ich nehme an, da können wir ja durchaus auch noch was finden. Ein, zwei Dinge. Und ich gehe ganz gerne mit leeren Inventalen irgendwie, äh, in eine neue Region. Ihr wüsst ja, wie das ist. Hallo, liebe Orks. Na, wollt ihr sterben? Offensichtlich. Wollen wir wahrscheinlich noch eine weitere Rüstung geben, eine weitere Schreckesrüstung. Ja, vielen Dank. Ostergeschwälte kannst du behalten. Kannst du noch gehen, du kannst noch gehen. Gut, wir gehen weiter. Das Gute für euch ist, dass wir, glaube ich, nichts identifizieren müssen. Sack, da sind wir schon. Sack, da sind wir schon. Ja, vielen Dank. Äh, einmal bitte den Anzug wechseln. Muss auch schick aussehen, wenn man mal irgendwo lang geht. Und dann mal auf zum Schrotthändler. Drei Rüstung verkloppen. Ich glaube auch noch irgendein Schwert, was wir noch irgendwie gefunden haben. Aber das geht ja relativ schnell. Wer ist denn der feine Herr hier? Der auf uns wartet. Ein Mensch, ein Adeliger. Mann, geklickt. Laufen Sie sich weg, Adeliger. Wir sind eine Gruppe ehrfürchtiger Adenteurer. Hey, ihr seid doch dieser Mann aus der Zeitung. Ihr habt diesen schrecklichen Abschluss überlebt. Ja, komm, was bin ich? Es ist mein großes Vergnügen, euch kennenzulernen, Sier. Hier. Hier habt ihr ein paar Münzen, um die Runden zu kommen. Kann ich euch sonst noch irgendwo etwas zu euch tun? Ich komme an deinen Anzug und du bist der Münzen. Oh, okay. Ähm... Ja, nee. Ich habe gerade gehört, dass ein bekannter Schwertschmied einen Vortrag hält. Das ist wunderbar, aber wir kümmern uns gerade erst mal nicht um Tarant, auch wenn es mich echt reizt, jede einzelne Zeitung zu lesen, jede einzelne Geschichte davon aufzusaugen und auch dementsprechend die Aufträge zu erfüllen, die sich daraus ergeben. Aber eins nach dem anderen erst mal ein bisschen Hauptstory. Muss ja auch mal sein, nicht wahr? Hallo, werte Händler. Nimm dies. Gut, ist das Wasser? Ach, das willst du nicht haben. Stimmt, ja. Hast du irgendwas Sinnvolles gehabt? Nein, guck ich, glaube ich, jedes Mal und jedes Mal bin ich enttäuscht. Ähm... Wie kann ich auch behilfe? Hast du irgendwas dabei? Du hast noch nur 94 Pfeil, das ist toll. Kannst auch behalten. Du hast eigentlich nichts Bedeutsames dabei. Kannst auch behalten. Ach ja, die ganzen Gewehre. Ähm... Bäm, 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 bäm. Ja, komm, die können ja auch hier weg. Ich weiß, wahrscheinlich bringen sie meinem Waffenhändler mehr Geld. Aber ich will jetzt nicht da hochlaufen. Das Scharfschützengewehr ist... Das behalten wir mal. Kann sein, dass ich das mal irgendwann brauchen werde. Ähm... Klarigengewehr. Gut. Erstmal das. Und ach so, gut, jetzt nehmen wir diesen Anzug. Machen wir auch nicht mehr, glaube ich. Guten Tag. Tauschgeschäft. Hier. 153 Münzen. 186 Münzen. 662 Münzen. Na, vielleicht behalten wir sie doch mal. 11 Münzen, wenn es so wertvoll ist. Vielleicht behalten wir sie doch mal. Äh... Gewehr. Ja, das kann wahrscheinlich weg. Das Scharfschützengewehr behalten wir auch, wie gesagt. Schrohflinte kann weg. Und jetzt haben wir wahrscheinlich noch diese schweren Rüstungen. Wollen wir mal die Pflanze gleich hier, die Pflanze haben. Und auch diese Pflanze und diese Pflanze haben. Jetzt haben wir noch die schweren Rüstungen. Einen Maschinenhammer und ein Schwert, das wir auch gleich wegpacken können. Genau. Wunderbar. Dann kurz das noch verkauft. Äh... Hier bitte. 186. 186. Wunderbar. Und dann noch die beiden Rüstungen, da sind wir eigentlich schon durch. Natürlich ist der Fall schon. Äh... Verhandeln. Genau. Aber mit dir. Einmal dies. Und einmal das. Geht auch direkt weg. Wie viel braucht das? 123 oder sowas, nicht wahr? 121 Münzen. Naja, fast. Wunderbar. Danke für den Verkauf. Äh... Machen wir das ganz kurz noch? Ja, komm. Wir können ganz kurz hier gucken, ob wir noch ein bisschen Salpeter finden. Nein, ich kaufe diese Zeitung nicht. Nein, 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 nein. Auch wenn du mich noch so sehr lockst. Guten Tag. Haben Sie Salpeter? Sie haben Salpeter. Was für ein freundlicher Herr sie doch sind. Haben Sie auch noch Kugeln? Sie haben auch Kugeln. Ja, wundervoll. Nämlich doch gleich alle. Alle 62. Und ansonsten, was ist das? Earl Grey Tee. Warum nicht? Aber noch fliehe ich kein Raumschiff. Deswegen gehen wir... Äh... Weg. Ja. Hatten wir in der Nähe irgendwie eine Bahnstation? Kann das sein? Ja, eine Bahnstation. Wie wunderbar. Davon bringen wir nicht so wahnsinnig viel Zeit damit, dass wir jetzt hier in Tarant rumlaufen. Äh... Ich möchte gern, ich glaube, zum Universität von Tarant Distrikt. Genau. Dann werfen wir uns die Münze... Äh, die Münze... Die... Äh, die Rüstung rein, die uns doch gleich geben wird. Die... Rüstung, die uns doch gleich geben wird. Und die beiden Gewehre natürlich. Da ist eine Rüstung. Und das Gewehrgerümpel. Einmal hier. Einmal da. Einmal da. Wie viel brauchst du denn bitte? Ach so. Ah, ich verstehe das Problem. Ja, dann kommen wir gleich noch auf die zurück. Leider kann ich auch nur gehen. Naja, gut. Wo ist er draufgeklickt? Und... Wir haben es geschafft. Okay. Oh, guck mal, wir haben noch so eine Rüstung. Eine große Stadtablappen-Rüstung. Cool. Das da rein. Das da rein. In die nimmervolle Truhe. Und ich glaube, das war es, was wir gerade reinpacken wollten. Gucken wir mal in den Molitow-Cocktail. Keine Ahnung. Negiode wollte ich auch mal verkaufen. Egal. Äh... Warum? Gib es her. Und pack es da rein. Vielen Dank. Jetzt fahren wir zurück. Äh, nach... Äh, in die Schwere. Also Schwere. Und gucken weiter. Ich würde gerne... Dort. Ja, man kann sagen, bin ich hier falsch. Nein, bin ich nicht. Wundervoll. Dann ziehe ich gleich mal auf dem Weg der Rüstung ein. Und wir sind wieder draußen. Ja, ging noch relativ schnell, würde ich sagen. Kurz gespeichert. Hat keinen weh getan. Hervorragend. So, wo weit mal hin? Genau. Wir wollten, ähm... Jetzt über diesen Hardins-Pass gehen. Dann da hoch. Na, komm. So vielleicht. Klappt das schon so? Ja, klappt. Wunderbar. Mit nur drei Wegpunkten sind wir am Ziel. Eigentlich nur zwei, weil der letzte Wegpunkt ist ja letztendlich sogar, dass, äh, diese Gruben wo wir rein wollen. Ich hoffe mal wirklich, dass wir da nicht wieder irgendwie 50.000, äh, Golems begegnen. Also, äh, Stein-Golems und Feuer-Golems, weil die sind immer ein bisschen tricky. Ähm, an die sind ja vielleicht möglichst nicht ran. Bzw. kann seine Kameraden auch nicht ranlassen. Die ja die ganze Zeit ihre eigenen Waffen zerklopfen. Oder, äh, ihre Rüstung zerklopfen lassen. Oder verbrennen lassen. Ja. War nicht so clever von dir, nicht wahr? Habt ihr irgendwas fallen lassen? Ein bisschen Geld. Zwölf Gold. So kommen wir noch langsam auf unsere 50.000 zu, falls, äh, alles scheitert. Das brauchen wir. Und du hast nur Müll. Ja, gut, die Reste lassen wir mal so sein, wie es ist. Und wir gehen weiter. Wir haben eine erstaunliche Strecke zurückgelegt, ohne dass wir angegriffen wurden. Bis zum Harlins Pass. Also von Tarant bis zum Harlins Pass, ohne dass wir angegriffen wurden. Mittlerweile wird die Gegend hier zwischen Tarant und Nebelberg noch relativ sicher scheinbar. Und auch hier nur ein einziges Mal Drachenkrieger. Erstaunlich. Mensch, wir sind endlich mal beim Bedukan-Dorf. Ich wollte eh sowieso mal hier die, die, ähm, die westlichen Gegenden hier jesals vom Fluss erkunden. War ich nämlich noch gar nicht. Ah, sieht ja ehrfurchtsgebietend aus. Aber wir waren schon in vielen solcher, solcher Höhlen oder, oder, äh, Tunnel-Systeme. Deswegen ist es auch nicht so schlimm. Ich fühle mich auch ganz heimisch. Ich meine immer, immer, immer wie ein Zwerg. Okay. Wollte ich sehen, den ersten, den ich vorher im Metall wollte ich gerade sagen. War ich jetzt schon mal drin? Nein, hier sind schon mal wunderbar zahlreiche Knochen. Wie ein Portal für mich aufgestapelt. Ich beschreite das Portal. Ist hier irgendwas? Nein. Und möchte ganz gerne diesen Waggon töten. Hier ist eine Geode. Nein, ein schwarzer Diamant. Ein schwarzer Diamant. Och, wie schön. Eine Falle. Schau an. Schau an. Dieser, dieser... Diese Kreatur war sogar gehässig. Habt ihr gesehen? Gehässig. Danke für den schwarzen Diamant. Das freut mich sehr. Speichern. Wenn noch weitere Fallen kommen. Was bestimmt der Fall ist. Oh. Einfach nur eine komische Ratte. Ernsthaft? Ja. Dann mal weiter. Gibt es ja auch nur einen Gang. Ja gut, da muss ich nicht... Rüstung beschädigt? Äh. Hört mal auf zu kämpfen. Wie kann deine Rüstung beschädigt sein? Du hast doch nicht mal eine Rüstung an. Hm? Oh, deine magischen Handschuhe sind beschädigt. Na, guck mal eine an. Das ist mal was ganz Neues. So. Hier lang. Aber was seid ihr denn, bitte? Ein kreischender Jämmerling. Level 12. Das ist wirklich jämmerlich. Eine große Mumie Level 12. Ist doch alle jämmerlich. Ich nehme mal den kreischenden. Na komm. Und er schießt auf die Mumie. Wundervoll. Was bist du? Ein übler Geist. Wahrscheinlich stinkst du nur, wenn du das übelst. Das ist das Einzige, was du kannst. Dahin. Direkt aus der Vergiftung, weil ich den üblen Geist mir angesehen habe. Super. Äh. Wie stark bin ich vergiftet? Acht. Naja, ist okay. Und die große Mumie ist auch nichts dabei. Dann nicht. Gut. Die können alle nichts. Freut mich. Geh mal so weiter. Speichern. Level 12. Ist ja relativ simpel. Diese Feuer ist ein bisschen unbehaglich für mich. So groß wie die rumflackern. Ich weiß, dass die auch meine Rüstung verbrennen können. Deswegen muss ich ein bisschen aufpassen. Was seid ihr da eigentlich? Feuerspringer? Ach so. Deswegen ist die Rüstung beschädigt worden. Ah ja. Äh. So. Hallo? Du sollst schießen und nicht gucken. Äh. Das geht nie. Ach, du bist meine Spinne. Hältst du mich? Schön. Ähm. Wollte gerade sagen. Irgendwas ist da an den komischen Viechern komisch. Deswegen sind es auch komische Viecher. Äh. Halt mal still. Ich sehe doch nichts. Lass mich auf mich schießen. Wunderbar. Und da geht es wieder los. Ich hasse es. Brodelmasse. Brodelmasse. Nochmal. Aber es sind nur Level 20. Könnten wir eigentlich schaffen. Ich gucke euch mal an. Wir speichern. Brodelmasse heißt. Ich glaube eure Waffen werden. Ach. Das ist über alles bestätigt. Ganz ehrlich. Ich gehe kurz hier hin. Und schieße. Und hoffe, dass wir viel Schaden machen. Naja. Geht. Ich kann nicht sehen. Ich kann nicht schießen. Jetzt. Gut. Alle sind tot. Alle Spinnen sind auch tot. Glaube ich. Okay. Wunderbar. Ähm. Es ist ja Tradition. Minderwilliger. Ich kurz mal nachgucke. Was. Äh. Wie es bei euch aussieht. Gerade um eure Waffen. Lass mich eure Waffen sehen. Ähm. 60 plus 80. Das ist okay. Okay. Ja. Das geht. 113. Rüstung ist auch noch in Ordnung. 100 von 117. Das ist in Ordnung. Die Rüstung ist wunderbar. 10 verloren. Und das ist auch noch in Ordnung. Und Lawena. Du hast eh noch einen Bogen gehabt. Oh. Seine Drachenlederkleidung ist immer noch wunderbar. Die muss sowieso gut sein. Weil sie auch, äh. Drachenleder. Ich bitte euch. Die muss gegen Feuer noch ein bisschen immun sein. Aber hinten habe ich noch irgendwie so eine komische Feuerratte oder sowas gesehen. Die sofort gestern muss. Dann geht es gerade noch weiter. Gucken wir uns gleich an. Aber erst mal kurz die Truhe. Äh. Speichern. Das ist bestimmt eine Falle. Das ist doch nicht das, was wir suchen. Was haben wir denn hier? Wir haben einen uneffizierten Streitkolb. Das ist ja auch schon mal schön. Nehme ich schon mal mit auf. Was ist das? Eine uneffizierte Dolch. Sieht aus wie so ein Cuttermesser. Wie so ein Teppichmesser. In Alt. Eine Mlura-Münze. Ein Smaragd-Kollier. Ist ja aber einiges. Ein Smaragd. Ein schwarzer Diamant. Größere Heilungen. Morganas Trin. Äh. Saphir und Rubin. Das ist eine ganz schön fette Truhe. Kurz mal gespeichert. Und weiter. Weiter die nächste. Nächste ist auch tot. Wunderbar. Wir speichern. Hier ist wieder irgendein Edelstein. Und ich höre hier irgendwas. Wie so ein Brummen oder so ein Rauschen. Okay. Oh. Wo ist das? Ih. Lass mich in Ruhe. Ein Feuer elementar. Ein Flammenschatten. Hustum beschädigt. Alter Schwede. Ich weiß, woher das... Ach, du warst gar kein Feuer. Du warst schon Feuer, aber du warst kein dieser großen stationären Feuer. Nee. Danke für den schwarzen Diamanten. Und jetzt musst du sterben. Was muss denn relativ schnell gehen? Weil du ja Gott sei Dank nur ein Flammenschatten bist. Ist ja jetzt irgendwas nichts. Schade. Aber ich werde dir ja... Er ist irgendwas Größeres, was sich auf mich wartet. Wie zum Beispiel dieses Ding hier. Eine Höllenbestie. Level 15. Von was bin ich denn gerade vergiftet? Ach, eine Falle. Wie dumm. Spinne. Hilf mir. Kannst du mich sogar entgiften? Nein. Wäre auch zu schlimm gewesen. Ich glaube, du bist ziemlich eklig. Du siehst ziemlich groß aus. Obwohl es sind mehrere von euch. Deswegen müssen sie nicht unbedingt sein. Und du bist ein Burn-O-War von Level 30. Oder Burn-O-War, wie wir das schon hatten. Eine weitere Truhe. Dann geht es nochmal weiter. Meine Güte, das ist aber größer als ich dachte. Speichere wir das Ganze mal. Ignorieren die Vergiftung, wie eigentlich immer. Und warte mal, bis sich irgendeins von diesen Viechern irgendwie hierhin begibt. Auf dass ich sich darauf schießen kann. Diese Höllenbestie bietet sich zum Beispiel gleich an. Dann kommt sie auf den Zugrand. Meine Leute kommen auf sie zugrand. Und dann treffen die Freunden aufeinander. Und ihr werdet wahrscheinlich sterben. Jetzt geh doch mal dich. Oh. Ich glaube, du hast mich gesehen. Und du bist tot. Du, Bernou-War, bist auch tot. Und du auch. Ja. Ein bewegender Kampf. Habe ich mir später vorgestellt. Ähm. Speichern. Brillante Vorstellungsziele. Höllenbestie. Hat nix. Mysterientruhe. Hat auch nichts. Außer einer kleinen Truhe. Äh, aus einer kleinen Falle. Eine uneffizierte Rüstung. Okay. Äh. Eine weitere Schwarze der Mantik ist immer echt häufig hier drin. Saphir. Eine weitere Größe Heilung. Eine weitere Minura-Münze. Ähm. Ich brauche mal jemanden, der... Klein genug ist. Einer groß genug ist, um nicht da rein zu schlüpfen. Du. Willst du den Kolben haben? Nein, willst du nicht. Sehr gut. Auch diesen komischen Dolch willst du auch nicht haben. Sehr gut. Und das wird auch verkauft. Und... Ja, so viel Spaß mit jemandem brauche ich wahrscheinlich nicht. Ich verkaufe mal zwei davon. Ähm. Ist irgendwas... Wovie habe ich denn noch? Ich habe jetzt noch drei. Egal. Egiode wird auch nochmal verkauft. Der bezauberte Ring wird irgendwann mal... Ach nee, der war ziemlich gut. Hm. Und... Warte mal... Das ist noch für dich. Jetzt, wo ich es gerade sehe. Würgel haben wir nicht mehr. Aber wir haben noch... Dich. Du kannst jetzt sogar so einen lustigen Heiltränker haben, wenn du das willst. Du warst Tränen. Brauche ich ehrlich gesagt alles nicht. Und das soll es gewesen sein. Gut. Wir speichern mal wieder. Und gehen weiter. Ist hier noch was? Nö. Was war denn hier auf uns? Ah. Du bist der Endboy. Jetzt nicht mal ein. Ein verfluchter Paladin. Level... War das gerade 40? Okay. Okay. Level 40. Und der Rest ist ein paar. Den Sklave. Level 25. Läuft immer hinterher. Ich habe das Gefühl... Hier kommt was Ekligeres auf uns zu. Speichern wir also nochmal, nachdem wir eben gerade gespeichert haben. Einfach so aus Panik. Mal gucken, wie das jetzt läuft. Hört auf, 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 hört auf damit. Diese Person hat ein gutes Herz. Ach ja? Moment. Können wir mal rausfinden. Hat sie ein gutes Herz? Greift sie mich an? Entschuldigung. Das ist eine gute Frage. Ich habe es gerade nicht angesprochen. Ich habe es einfach nur... Oh, Entschuldigung. Ich hätte es einfach mal ansprechen sollen. Nee, nee, gehe ich hin. Erstmal direkt schießen. Ich habe das Gefühl, wir werden gegen sie kämpfen müssen. Ja, ist klar. Stopp. Ich muss mal ein bisschen versuchen, Einfluss zu nehmen. Du musst erst mal sterben. Ja, ich sehe jetzt mal überhaupt nichts. Schieße mal auf den da. Ich kann doch nichts schießen, weil ich... Ah, ich kann doch schießen. Endlich. Weil ich nicht rankomme, würde ich mal sagen. Der Paladin zaubert wie ein Großer. Und haut auf irgendjemanden ein. Auf alle irgendwie. Jetzt hauen wir aber auf die Große. Deine Energie ist vorbei. Das heißt, dein Leben ist vorbei. Schieß doch weiter. Verdammt. Sag mal. Ach, den Sklaven sind wir noch unterwegs. Okay, dann, äh, auf dich, bitte. Bitte, ich bin schwer verwundet. Wieso schießen Sie eigentlich mehr? Ich brauche Heilung. F8. Gut. Das ist dumme ist, bei, äh, Arcanumkämpfen, wie ihr wisst, dass, äh, man überhaupt nichts schneit. Wie auch jetzt, das ist gerade der Fall war. Äh, ich probiere es nochmal. Jetzt schließe ich gleich. Und zwar auf, irgendwie ein paar Sklaven. Du bist ja der ekligste von allen, glaube ich. Aber ich nehme an, wenn wir die ganzen Sklaven aus dem Wecker, das ist auch schon mal ein Vorteil. So, einer ist gestorben. Dann, mhm, auf dich. Einfach so, weil er nervt. Ich hoffe, dass keiner von mir stirbt. Alter. Hört auf, hört auf. Der, der Hört auf, Remix. Hört auf, hört auf. Hört auf, Hermann, du bist herz. Hört auf, hört auf, Hermann, du bist herz. Hört auf, Hermann, du bist herz. Du wirst ja nicht viel länger wegmachen. Das glaubst du mir auch nur du, meine liebe Freundin. Du wirst gut machen, solange ich das sage. Da heilt seine komische Sklaven, kann das sein. Dann schießen wir auch auf dich. Komm, du musst ja gleich starben. Du bist tot. Du bist tot. Und jetzt bist du dran. Wir laufen die beiden Elementare rum. Es geht ja ab wie sonst was. Also dieses Geplätscher hier mit diesem Plätsch, 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 war schon ein bisschen nervig. Alle haben überlebt, das finde ich sehr gut. Ich speichere einfach mal, nachdem wir das so bravo groß erledigt haben. Natürlich, das werde ich gleich tun. Nur sehr bedingt begriffen, was ich gerade getan habe. Hallo, Flutter Paladin, was hast du denn dabei? Du hast eine uneffizierte Axt dabei. Ich habe das Gefühl, das könnte auch diese Axt sein, die wir begehren. Und keine Rüstung, na gut, was bist du auch im Geist? Du hast ein Breitschwert dabei. Ja, breit ist es, ist aber auch groß. Wenn ihr alle ein Breitschwert dabei habt, ist das gar nicht mal schlecht. Kann man schon hervorragend verkaufen. Leider bin ich mir ein bisschen belastet jetzt gerade. Ein weiteres Breitschwert. Ich habe das Gefühl, dass Sock sich dafür breit erklären wird, einiges davon zu tragen, nicht wahr? Wie kann ich euch beziehen? Genau. Da, nimm. 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 Wunderbar. Wir haben schon vier geplündert. Das heißt, zwei müssten noch ausstehen. Nummer eins. Und. Wie darf ich euch behilflich sein? Indem du jetzt woanders hingehst, weil ich dir irgendwie alle im Weg... Natürlich, das werde ich gleich tun. Nein. Nein. Warte mal, erstmal auf einen Haufen ziehen. Wie war das? Alt ziehen? Genau. Den haben wir schon geplündert. Ja, komm. Den haben wir schon geplündert. Den haben wir geplündert. Den haben wir geplündert. Den, da kommen wir nicht ran, oder was? Egal. Lassen wir es halt so. Hier ist noch ein schwarzer Diamant. Natürlich, man hat ja nicht genug. Das speichern wir nochmal. Und gucken wir mal in die Tore rein. Hallo. Nicht schlimm. Alter. Unifizierte Rüstung in Weiß. Wie geil ist das denn bitte? Und die Bangalianische Geißel. Schaden 5 bis 20 plus 10. Böse Gesinnung. Schaden Blitz. Leben aussaugen. Okay. Alles cool bisher. Ähm. Nura-Münze. Viel Geld. Ein Rubin-Kollier. Und eine Eiltingtour. Warte mal. Ich muss kurz mal diese Waffe zerstören, weil das ist ja unser Ziel gewesen. Bitteschön. Düng. Wir haben es geschafft. Ja, wunderbar. Ähm. Sock. Aber warum? Und das ist eigentlich auch in Ordnung. Halte bitte das da. Und willst du das nehmen? Willst du nicht nehmen? Wunderbar. Äh. Noch irgendwas? Das Rubin-Kollier. Was du offenbar gleich anlegst. Kannst du auch machen. Äh. Ja. Und eine dieser Diamanten, die es so wieder eingefunden haben. Und hier war noch eine fette Rüstung. Die ich auf jeden Fall haben möchte. Weil die echt geil aussieht. Jetzt wird es wieder überlastet. Aber ich kann es einfach wieder Dinges geben. Wenn sie dir eh nicht einzieht. Die alte Echse. Schön. Haben wir es geschafft. Haben wir also alles getan, was Stringy Pete wollte. Damit wir seinen Fluch aufheben. Das freut mich sehr. Und haben dabei richtig Kasse gemacht. Beziehungsweise potenziell richtig Kasse gemacht. Das finde ich ja geil. Gehen wir uns erstmal zurück zum Stringy Pete. Beziehungsweise aus dieser Höhle raus. Oder aus diesem extrem langen Schlangengang. Weil was anderes ist es ja auch gar nicht. Das war ein einziger Weg. Es war relativ herausfordernd. Natürlich mal hier zu kämpfen. Das hätte man wahrscheinlich im früheren Level noch nicht. Hätte ich wahrscheinlich im früheren Level noch nicht geschafft. Ich dachte jetzt schon ganz ernsthaft wieder. Dass hier wieder so eine Flamme elementar kommt. Aber nein. Gott sei Dank nicht. Ich hasse euch ey. Egal wie hoch man im Level ist. Man hat immer einen Schaden dadurch. Dass man euch bekämpft. Es sei denn man hat irgendwie. Man ist Level 200. Und kann so gut schießen. Mit seiner Waffe. Dass man sämtliche Brodelmassen vornherein erledigt. Schafft man aber selten. Obwohl ich das ja schon mal geschafft habe. Da muss ich mal meine gesamte Mannschaft irgendwo abstellen. Ähm. Damit sie sozusagen keinen Schaden nimmt. Das war auch echt ein Krampf. Dass sie diesen Kampf zu verenden. Und letztendlich habe ich dann irgendeine. Genau. Habe ich eine Waffe bekommen. Und habe es dann trotzdem versaut. Weil ich so schlecht im Nahkampf war. Gegen diesen Dämon in den Abflüssen. Äh. Von Kaladon. Wenn ihr euch erinnert mögt. Dass es einfach nur eine Schande war. Egal. Man kann nicht überall gewinnen. Raus mit uns. Was ich mal kurz sehen möchte. Ist meine Gesinnung jetzt gestiegen? Ja. Wir sind wieder auf 100. Wunderbar. So. In der nächsten Folge. Begeben wir uns wieder. Äh. In Richtung Stringypeed. Ich würde ganz gerne auf dem Weg dorthin nochmal. Äh. Nach in den Bergen vorbeischauen. Um meinen ganzen Kram zu identifizieren. Und vielleicht auch teilweise zu. Äh. Äh. Zu verkaufen. Und danach. Äh. Halt es Stringypeed. Jo. Wunderbar. Bis gleich.